Grüß euch alle! Es gibt einen Kongress, der heißt Body Love Summit 2023, aber ich weiß, dieser Kongress gilt nicht nur für 2023. Ihr könnt ihn für euer Leben mitnehmen, also 2024, 2025, 2026. Und ihr lernt ganz viel aus diesem Kongress, euch selber zu heilen, ein anderes Bewusstsein für euren Körper zu kriegen. Ich habe da selbst mitgemacht, also ich lade euch herzlich ein, kommt in den Kongress und lernt was dazu.